Die, wenn Sie nicht in der Aufnahme auftauchen wollen, sagen Sie einfach nichts, da sind Sie auch nicht in der Aufnahme. Das ist ganz einfach und das war es damit erstmal von meiner Seite und ich würde dann direkt übergeben an Heiko Erhardt, der jetzt gerade im Paul-Löbe-Haus für uns ist und für uns eine kurze Einführung macht. Hallo, es geht heute um ein konkretes Vorhaben von weitreichender Bedeutung, um nicht weniger als das Miteinander von Politikern und Bürgern neu zu gestalten und um Vertrauen wieder zu festigen. Es geht um den ersten Bürgerrat auf Bundesebene zu Klimagerechtigkeit und Wegen aus der ökologischen Krise. Damit geht es um die komplexeste Herausforderung, vor der wir bislang gestanden sind. Der offene Brief, von dem wir heute sprechen werden, hat kumulierte Unterstützerzahlen, die in die Millionen gehen. Einen schönen guten Nachmittag aus dem Paul-Löbe-Haus hier im Bundestag und an dem Bildschirm. Ich bin Heiko Erhardt, eine der Initiatoren des offenen Briefs. Ich engagiere mich für Extinction Rebellion und für das Netzwerk Klimabürgerrat, in dem der Brief entstand und auf den Weg gebracht wurde. Wenn ich die Stimmung der vergangenen Wochen beschreiben wollte mit einem Wort, dann wäre das Aufbruch. Aus einem anfangs eher kleiglichen Rindsaal an Unterstützern wurde ein steter Strom, der immer weiter angeschwollen ist. Klimabündnisse, Umweltschützer, kirchliche Organisationen, Verbraucherschützer, Demokratieförderer, Bürgerenergieverbände, Kulturverbände und so weiter und so fort. Und unterschiedlichste Organisationen haben unterzeichnet. Und es wurden immer mehr und sie wurden immer größer. Der Brief ist heute mehr noch als nur in Anführungszeichen das Who is Who der Klimaszene. Das berührt mich als eine der Initiatoren und das euphorisiert mich. Die Menschen erkennen die Kraft, die in dem Ansatzbürgerrat steckt. Die Kraft, sich nicht mit einem Minimalkonsens begnügen zu müssen, über den wir uns vor unseren Kindern schämen müssen. Die Kraft, den politischen Entscheidungsstau aufzulösen bei einem Thema, das nicht verschoben und nicht kleingeredet werden darf, sondern mutig angegangen werden muss. Die Idee Bürgerrat überzeugt und sie gibt Hoffnung. Hoffnung, zu diesem wichtigen Thema uns zusammenzusetzen, fundiert auszutauschen, statt über Social Media uns Meinungsfetzen um die Ohren zu schlagen. Hoffnung, komplexe Zusammenhänge wirklich verstehen zu können, jenseits von Milieus, von Filterblasen, Parteipolitik, Lobbyismus und Fraktionszwang. Wir brauchen jetzt Fokus auf das, was getan werden muss. Gemeinsame Lösungen entwickeln, um die Klimakatastrophe, das Artensterben und die soziale Ungerechtigkeit endlich ernsthaft anzugehen. Ein Bürgerrat ist Kompass und Seismograph zugleich. Ein Bürgerrat gibt der Politik eine klare Willensbezeugung informierter Bürger mit auf den Weg, die die Richtung für die Klima- und Umweltpolitik anzeigt. Gleichzeitig liefert ein Bürgerrat eine Aussage, in welchem Maße die Bürger bereit sind, diesen Weg mitzugehen und zu unterstützen. Ich meine, dass Menschen zu mehr bereit sind, als oft geglaubt wird. Die Voraussetzung dazu ist, dass sie verstehen, wozu Maßnahmen gut sind und in der Entscheidung darüber und der Ausgestaltung der Maßnahmen mit einbezogen werden. Mit dem offenen Brief haben wir nicht nur ein Bekenntnis für einen Klima- und Umweltbürgerrat errichtet. Wir haben die Menschen eingeladen, sich intensiver mit diesem hochspannenden Instrument auseinanderzusetzen und im Namen ihrer Organisation klar zu positionieren. Und viele sind dieser Einladung gefolgt. In der ganzen Zeit haben wir nicht ein Feedback erhalten, das sich gegen Bürgerräte ausgesprochen hat. Es ist Zeit, allen Menschen, die sich am Erfolg dieser oder die zum Erfolg dieser Aktion beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Richtig reingerengt hat sich die AG Bürgerinnenversammlung bei Extinction Rebellion. Speziellen Dank an Lorenz Kramer, Oka Lumatis und Arne Große-Lindemann. Danke an die Menschen beim Netzwerk Klimabürgerrat. Ihr habt viel positiven Input geleistet. Und natürlich den größten Dank an die Menschen, die den Brief unterzeichnet haben und sich für seine Verbreitung stark gemacht haben. Ihr habt was Wichtiges getan. Ihr habt damit geholfen, die Klima- und Umweltpolitik in diesem Land nachhaltig zu verändern. So, jetzt aber nochmal zurück auf Los im beitwörtlichen Sinn. Wie funktioniert denn eigentlich ein geloster Bürgerrat? Wir haben ein kleines Video, das uns hier Antworten gibt. Wie funktioniert die Klimaschutz? Die Gruppen helfen ihnen, ihre eigenen Meinungen sowie die Bedürfnisse der anderen unter Einbeziehung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu reflektieren. Abschließend erarbeiten sie gemeinsam Empfehlungen für eine sozial gerechte und umweltfreundliche Politik. Damit zeigen sie der Regierung, was eine gut informierte Stichprobe der Gesellschaft zum Thema Klimapolitik denkt. In Frankreich, England und Irland wurden solche Verfahren bereits mit großem Erfolg durchgeführt. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Video von der Initiative Klima mit Bestimmung jetzt, das uns gerade einen kurzen Einblick gebracht hat in das Verfahren. Wir werden jetzt weitergehen mit verschiedenen Statements. Ich erinnere nochmal daran, wir haben ein sehr straffes Programm, deswegen muss ich leider alle bitten, sich so kurz zu halten wie möglich. Was mir sehr leid tut, ich würde gerne länger mit Ihnen reden, aber wir hatten uns gedacht, diese erste Veranstaltung wollen wir auf 60 Minuten beschränken und deswegen müssen wir alle ein bisschen aus Gas treten. Ich werde jetzt zuerst überreichen an die Organisationen, die hier vertreten sind, der Unterzeichnenden. Das sind zuerst Extinction Rebellion, dann Klima mit Bestimmung jetzt und dann Fridays for Future. Wir haben gleich dann noch die Überreichung an Frau Kotting-Uhl geplant und dann noch weitere Statements von den Abgeordneten. Ganz kurz der Punkt, ich weiß, dass einige der Abgeordneten gesagt hatten, dass sie nur kurz reinkommen könnten und vielleicht früher gehen müssen oder so. In dem Fall unterbrechen Sie uns gerne kurz und sagen Sie kurz, winken Sie in die Kamera, sagen Sie, wann Sie vielleicht eventuell früher gehen müssen. Wie gesagt, wir versuchen das Ganze hier bis 14.30 Uhr über die Bühne zu kriegen, sodass alle ihre Statements geben können. Falls die dann früher weg müssen, sagen, haken Sie sozusagen gerne ein, dann können wir die Agenda auch ändern. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, würde ich erst mal beginnen mit den Statements von Extinction Rebellion, Klima mit Bestimmung jetzt und Fridays for Future und würde damit übergeben an Lorenz. Bitte schön. Ja, herzlich willkommen auch von mir als Vertreter der AG BürgerInnenversammlung von Extinction Rebellion hier. Ich werde mich auch kurz halten und werde nur auf drei Sachen hinweisen, die uns sehr wichtig sind bei diesem offenen Brief. Der erste Punkt ist, dass je länger wir warten, einen solchen BürgerInnenrat einzuberufen, desto mehr schränken wir unseren demokratischen Handlungsspielraum in der Zukunft ein. Warum ist das so? Ja, wir alle wissen, es gibt Kipppunkte, sowohl was das Klima als auch was Ökosysteme angeht. Wir wissen, es gibt ein begrenztes Treibhausgasemissionsbudget auf globaler Ebene. Und wir wissen, dass wir je länger wir warten, um richtungsweisende Maßnahmen zu treffen und Entscheidungen zu treffen, desto weniger Handlungsoptionen bleiben uns am Ende übrig, um die Klima- und die ökologische Katastrophe zu bekämpfen. Deswegen ist es wichtig, dass wir genau jetzt anfangen, die demokratischen Aushandlungsprozesse, die notwendig sind, damit viele die Entscheidungen mittragen können, zu starten. Und genau deswegen ist dieser offene Brief das Richtige. Und deswegen ist genau jetzt die Zeit, ein BürgerInnenrat für Klimagerechtigkeit und gegen die ökologische Krise auf den Weg zu bringen. Deswegen freuen wir uns auch sehr, dass sich so viele Unterstützende für diesen offenen Brief gefunden haben und es so ein breites gesellschaftliches Bündnis geworden ist. Das wäre vor einem Jahr so sicher nicht möglich gewesen. Und wir hoffen, dass diese Entwicklung auch in der Geschwindigkeit sich fortsetzt. Und wir hoffen auch, dass es bei der Politik ankommt, dass jetzt die Zeit ist, diese Forderung umzusetzen. Wichtig bei der Durchführung eines solchen BürgerInnenrats sind für uns insbesondere die gute politische Anbindung. Also das bedeutet, dass zur Einberufung des BürgerInnenrats schon klar sein muss, was am Ende mit den Ergebnissen passiert. Denn nur dann fühlen sich die Menschen auch ernst genommen darin. Und nur dann kann der Eindruck vermieden werden, dass es sich um Scheinbeteiligung handelt. Für uns bedeutet das, dass die Ergebnisse eines solchen BürgerInnenrats unverwässert als Gesetzesvorlagen dem Bundestag vorgelegt werden müssen zur Abstimmung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die unabhängige Durchführung, weil nur dadurch entwickelt das Instrument auch seine Legitimität, die es braucht, um Akzeptanz für die Maßnahmen in der Bevölkerung zu schaffen. Und für uns ist auch die Fragestellung sehr von großer Bedeutung. Diese sollte offen genug sein, um den Lösungsraum nicht unnötig einzuschränken, aber sich am Pariser Klimaabkommen und am 1,5 Grad Ziel orientieren. Das von meiner Seite aus. Ich würde dann weitergeben, ich glaube, an Tabea. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, super, Lorenz. Ich möchte da ganz kurz einhaken und eine kleine Änderung in unserer Agenda vornehmen. Ich hatte gerade schon von Frau Dr. Weisgerber mitbekommen, dass sie etwas früher gehen muss zu einer Parallelveranstaltung. Und mir wurde auch geschrieben, Herr Thews eventuell auch. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz einen Cut machen in unserer Agenda. Frau Dr. Weisgerber, wäre es für Sie möglich, sich ganz kurz jetzt zu positionieren? Ja, vielen Dank und Entschuldigung, dass ich zwischendurch kurz um das Wort bitte. Ich habe parallel noch ein Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Naturschutzrings, wo ja alle wichtigen Umwelt- und Klimaverbände auch vertreten sind. Aber ich habe dazwischen und zwar mit Brinkhaus und den Spitzen der Fraktion. Aber ich habe gesagt, es ist mir so wichtig, auch bei Ihnen dabei zu sein, dass ich da jetzt kurz rausgehe. Und das möchte ich auch tun. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin Klimabeauftragte meiner Fraktion seit 2017, mache aber seit 2004 auch im Europaparlament als Europaabgeordnete für neun Jahre und dann auch im Deutschen Bundestag Umwelt- und Klimapolitik. Und mein Ansinnen war schon immer, wir müssen die Bürger mitnehmen. Wir schaffen die Energiewende und auch die Bekämpfung des Klimawandels nicht, wenn wir die Bürger nicht an Bord haben. Und deswegen ist es auch wichtig, sie einzubeziehen und auch bei allen politischen Entscheidungen die Akzeptanz der Bürger auch weiterhin zu haben. Deswegen finde ich es unglaublich spannend, auch in die Diskussion mit den Bürgern zu gehen. Ich habe sehr viele Gespräche mit Fridays for Future. Ich habe noch wenig Gespräche mit Extinction Rebellion. Ich hatte einmal im Bundestag, wir hatten im Ausschuss ja auch mal eine Debatte, wo auch eine Vertreterin von Extinction Rebellion dabei war. Ich finde es wichtig, sich da mit Worten auch auszutauschen, um das vielleicht auch mal ganz kurz zu erwähnen, was da auch möglich war. Und das ist ja jetzt beim Lorenz Kramer auch der Fall gewesen. Das finde ich besser, als wenn man andere Wege sucht. Und ich habe auch intensiven Kontakt mit der Bürgerlobby fürs Klima. Und deswegen, wie gesagt, grundsätzlich finde ich einen solchen Ansatz gut. Es gibt ja jetzt auch vom Ältestenrat des Deutschen Bundestages einen Bürgerinnenrat, der eingeführt wird. Und da finde ich es auch spannend, wenn dieser Rat auch das Thema Klima sich auf die Tagesordnung schreibt, weil ich der Meinung bin, dass wir jetzt gerade jetzt nach der Corona-Krise erst recht unsere Wirtschaft klima- und umweltfreundlich aufbauen müssen. Da gibt es kein Entweder-Oder, sondern das muss jetzt gleichzeitig geschehen. Und da sollten sich auch die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbringen. Als Fachpolitikerin, wie gesagt, habe ich intensiven Austausch. Wir müssen es natürlich auch in einer Mehrheit und in einer Demokratie mehrheitsfähig bekommen. Und ich bin durchaus auch, wenn ich das so sagen darf, die Lisa, wird mir das jetzt verzeihen, die Grüne bei uns in der CSU und in der Union und bin da auch ansprechbar und finde es ganz toll, dass junge Menschen aufgestanden sind, weil sie mir auch Rückenwind gegeben haben in meiner eigenen Partei. So viel von meiner Seite und wenn ich dann rausgehe, dann bleibe ich doch irgendwo im Herzen bei euch. Danke. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Weiske, aber das war sehr schön zu hören. Es freut uns wirklich sehr, dass Sie es noch einrichten konnten, trotz der Parallelveranstaltung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde dann direkt weitergehen zu Herrn Thewes, der, glaube ich, auch sagte, dass er etwas, hatte ich das richtig, mitbekommen, Herr Thewes von der SPD. Darf ich Sie einmal fragen, sich zu entstummen? Jetzt hatte ich gerade hier eine kleine Störung, aber ich bin wieder da. Hört man mich jetzt? Ja, wir hören Sie gut. Wunderbar, ja. Ich habe gleich noch einen Termin im Wahlkreis, deswegen, sage ich mal, ist es für mich auch ein bisschen schwierig. Aber ich wollte auf alle Fälle gerne auch noch ein paar Sätze zu Ihrer Initiative sagen und auch zu dem Thema Beteiligung. So ein bisschen kann ich mich da auch anschließen an die Frau Weiske, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das ist auch meine Erfahrung. Ich bin seit 2013 im Bundestag, stellvertretender Vorsitzender der Umweltausschuss und Obmann meiner Fraktion für den Nachhaltigkeitsbeirat. Und egal, was wir machen, wir müssen diese Dinge erklären. Wir müssen aber auch Menschen daran beteiligen, weil ich glaube, nur so erreicht man auch insgesamt für teilweise auch sehr komplexe Projekte, die wir vorhaben, genug Akzeptanz in Deutschland. Ich habe auch Erfahrung mit Öffentlichkeitsbeteiligung, deswegen bin ich der Meinung, es gibt ja immer wieder auch im politischen Raum Leute, die sagen, ja, das zögert die Geniebungsverfahren heraus, das zögert die Prozesse heraus, das ist kompliziert und schwierig. Aber im Grunde genommen muss man sagen, sind es häufig andere Dinge, die eigentlich dann lange dauern, zum Beispiel, wenn man Ausschreibungen macht, werden die Öffentlichkeitsbeteiligungen meistens sehr gut laufen. Ich habe das in meinem Berufsleben mehrfach erlebt, ich bin ja Diplom-Ingenieur und auch Umweltbeauftragter. Ich habe beide Seiten erlebt, also ich habe selber schon Öffentlichkeitsbeteiligungen bei großen Geniebungsverfahren gemacht, veranstaltet, moderiert, habe aber auch selber als Einwender quasi auf der anderen Seite gesessen und dann auch meine Kritik oder meine Änderungsvorschläge bei großen Geniebungsverfahren eingebracht. Ich kenne also quasi beide Seiten und ich kann immer nur sagen, dass diese Dialoge eigentlich immer sehr fruchtbar waren. Also immer kamen wichtige Informationen in diese Verfahren hinein. Die, die sich beteiligt haben, waren in der Regel gut informiert, gut vorbereitet. Manchmal kamen Argumente, die hatte man vorher einfach nicht auf dem Schirm, das muss man ehrlicherweise auch so sagen. Egal, ob man jetzt Profi ist oder Einwender von privater Seite aus, man kann nie alle Dinge sozusagen im Auge behalten, gerade bei Verfahren, die ja teilweise auch über Jahre sich hinziehen. Also insofern habe ich da immer gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, in Deutschland insgesamt, es gibt ja jetzt auch heute schon sehr viele Möglichkeiten, sich an Verfahren zu beteiligen. Es gibt auch im Bundestag die Möglichkeit, sich direkt einzubringen an vielen Stellen. Also ich glaube, das hilft, das hilft, das funktioniert gut, das funktioniert auch heute schon in vielen Bereichen und ich bin sehr gespannt darauf, ob, sag ich mal, so eine Rätestruktur oder wie so eine Rätestruktur dann funktionieren kann. Sie haben ja in dem kleinen Film gerade gezeigt, dass es auch an einigen Stellen schon probiert wird. Auch in Deutschland, sag ich mal, gibt es ja erste Ansätze dazu. Also ich bin sehr gespannt, ich stehe dem sehr offen gegenüber und das kann ich, glaube ich, auch für meine Fraktion sagen. Wir sind da sehr, sehr gespannt und beteiligen uns gerne an Diskussionen zu diesem Thema und auch wenn es heute, sag ich mal, ein bisschen kürzer ist, sag ich mal, werden wir uns ja mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Das hoffen wir auch, dass wir uns bestimmt nochmal wiedersehen und widersprechen werden und mit Herrn Träger hatten wir auch schon Austausch. Also großartig. Ganz herzlichen Dank, Herr Thebst, dass Sie es einrichten konnten, stellvertretend für den Herrn Träger. Ich würde dann jetzt weiter auf dem Programm gehen und das Wort an Tabea Hossack von der Initiative Klima mit Bestimmung jetzt überreichen. Tabea, bitteschön. Guten Tag allerseits. Ich stehe mal für Sie auf und trete quasi ans virtuelle Rednerpult, um den ganzen trotz der Corona-bedingten Digitalanstaltung zumindest ein bisschen einen authentischen Flair zu geben. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Ich bin Tabea Hossack. Ich bin 24 Jahre alt, Wirtschaftspsychologin und wie Philipp gerade schon gesagt hat, Teil der Initiative Klima mit Bestimmung jetzt, die gemeinsam mit Extinction Rebellion und weiteren Organisationen den offenen Brief mit initiiert hat. Nachdem Sie alle unser kurzes Video gesehen haben, gehe ich davon aus, dass Sie ein grundlegendes Verständnis davon haben, wie Bürger in Räte funktionieren. Und auch, dass wir uns inmitten einer globalen Klimakrise befinden, ist Ihnen sicherlich bekannt. Was Ihnen aber vielleicht noch nicht bekannt ist, ist die zweite Klimakrise, in der wir aktuell stecken und die sich genau wie die erste immer weiter zuspitzt. Nämlich die Klimakrise in unserer Gesprächskultur. Und davon möchte ich Ihnen ganz kurz erzählen. Was ist die Klimakrise in der Art? Dabei wird die Bundesregierung unter der Ära von Kanzlerin Merkel im Jahre 2034 vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt, den Kampf gegen die Klimakrise behindert oder zumindest nicht stark genug befördert zu haben. Es geht um jährliche Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe für die von den zunehmenden Klimakatastrophen betroffenen Länder. Was mich an dem Film am meisten betroffen gemacht hat, sind jedoch nicht die Bilder von den Katastrophen oder die Verzweiflung der betroffenen Menschen, sondern die Szenen, die sich vor und um den Gerichtsprozess hier in Deutschland abspielen. Dabei sieht man ein gespaltenes Land. Menschen, die gegeneinander hetzen, die bewusst polarisieren, manipulieren und das Land so in eine Kampfzone verwandeln. Sicherlich, es handelt sich bei dem Film nur um eine Zukunftssaison, die nicht eintreten muss. Doch wenn ich mir unser Land heute anschaue, ist die Gefahr real. Ich habe Gespräche mit unterschiedlichen Menschen geführt und doch bin ich immer in meiner eigenen Wahrnehmungsblase geblieben und schüttelt teilweise ungläubig den Kopf, wenn ich die Hasskommentare auf Social Media sehe. Mein Freund bezeichnet mich manchmal als naiv und gleichzeitig schätzt er an mir, dass ich Menschen immer erst mal Positives unterstelle. Und genau deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir diesen BürgerInnenrat brauchen. Wir brauchen einen Ort, an dem die unterschiedlichsten Menschen in einem moderierten Rahmen aufeinandertreffen, sich austauschen und die Ängste und Sorgen der anderen sehen und darauf eingehen können. Einen Ort, an dem wir als Gesellschaft endlich das lebende Stadium des Aufeinanderschimpfens verlassen und in einen konstruktiven Modus kommen. Einen Ort, an dem jeder anfängt, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen und Verantwortung für die Auswirkungen zu übernehmen, anstatt alles als selbstverständlich anzusehen. Kurzum, ein Ort, an dem wir als Gemeinschaft wieder zusammenfinden und nach sozial gerechten Lösungen suchen. Denn nur so, gemeinsam, sind wir der Klimakrise und den Herausforderungen, die sie mit sich bringen, gewachsen. Ich verstehe, dass ein BürgerInnenrat nicht gleich bei allen auf Gegendiebe stößt. Es ist ein kompliziertes Verfahren. BürgerInnen haben Angst, getrieben werden. Und Unternehmen haben Sorgen, dass der Klimarat Maßnahmen zu ihren Ungunsten empfiehlt. Aber es ist an der Zeit, mutig zu sein. Wir haben der parlamentarischen Demokratie lang genug die Chance gegeben, Lösungen für unsere Klimakrise zu finden. Aber die Herausforderung ist gewaltig und nur lösbar, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und genau deshalb brauchen wir einen BürgerInnenrat als Ergänzung zum aktuellen System. In Unternehmen ist seit einigen Jahren Agilität das neue Modewort. Dabei geht es unter anderem um Empowerment, also die Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verantwortung zu übernehmen und so an Schnelligkeit zu gewinnen. Lassen Sie uns also mutig sein und dieses Modell in die Politik übertragen. Irland, Großbritannien, Frankreich und viele andere haben uns gezeigt, dass das geht. Die OECD hat die Vorteile von BürgerInnenräten erkannt und sie als demokratische Innovationen angepriesen. Aber damit das funktioniert, brauchen wir Sie, liebe Abgeordnete, damit Sie zurück in das Parlament und in Ihre Parteien gehen und dem BürgerInnenrat das politische Mandat geben, das er braucht, um wirksam sein zu können. Denn diese Zeit erfrudert mutige Schritte und innovative Methoden. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann müssen wir vielleicht wirklich in 14 Jahren zurückblicken und uns fragen, ob wir damals genug getan haben. Gegen die Klimakrise auf unserem Planeten und die Gesprächskrise in unserem Land. Und deswegen stehe ich heute hier in Vertretung für Klimamitbestimmung jetzt und richte meinen Appell an Sie, lassen Sie uns gemeinsam mutig sein. Es ist Zeit. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank an Tabea von Klimamitbestimmung jetzt. Ich würde dann direkt weitergehen zu Fridays for Future. Und wir haben heute Bruno Wipfler bei uns. Bruno, möchtest du fortfahren, bitte? Ja, guten Tag, Sie haben es gehört. Ich bin Bruno Wipfler und ich darf heute hier Fridays for Future vertreten. Denn auch wir haben vergangene Woche diesen offenen Brief unterschrieben. Ja, und ich bin froh auch, dass in dem Brief die Qualitätskriterien für Bürgerräte angesprochen werden. Denn die sind wichtig. Das dürfen Sie mir glauben. Ich habe das ganze letzte Jahr über einen Bürgerrat genau deswegen auch erforscht. Ja, ich vermute, Sie wissen alle, warum es unsere Bewegung gibt. Ja, unserem Planeten stehen extrem düstere Zeiten bevor, wenn wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen, wenn wir diese Grenze überschreiten. Wenn wir es nicht schaffen, die Erde innerhalb dieser Grenze zu stabilisieren, dann droht eine weitere Erhitzung, und zwar in einem Ausmaß, mit dem wir nicht klarkommen und mit dem unsere Umwelt erst recht nicht zurechtkommt. Und trotzdem machen wir gerade Pläne, bei denen eigentlich das Ziel nur noch durch ein Wunder erreicht werden kann. Das muss ich vielleicht mal kurz erklären. Für dieses Wunder müssten Menschen in anderen Staaten dieser Welt all die Emissionen einsparen und kompensieren, die wir in Deutschland selbst nicht rechtzeitig vermeiden wollen. Und zwar irgendwie ohne nennenswerte Gegenleistung. Ja, so ein Wunder ist nicht nur ungerecht, sondern auch sehr unwahrscheinlich. Also weitermachen, wenn wir so weitermachen, dann führt eigentlich an der Katastrophe kein Weg vorbei. Und deswegen können und dürfen wir uns nicht darauf verlassen, dass Menschen in anderen Ländern unseren Ego-Trip ausbaden. Das bedeutet, wir in Deutschland müssen selbst handeln. Und zwar anders als vorher. Es gibt viele Gründe, warum das mit der ausreichenden Klimapolitik nicht so richtig klappt. Einer davon ist Ihnen sicherlich bekannt. Und das ist dieses Akzeptanzproblem, was auch schon angesprochen wurde. Werden die BürgerInnen das überhaupt akzeptieren, wenn sie klimagerechte Maßnahmen beschließen? Vielleicht zweifeln einige daran. Eigentlich ein paar BürgerInnen wissen wahrscheinlich über das Weltklima weniger als über die Bundesliga. Sie wissen nicht, was für ein Unrecht wir durch unsere Lebensweise Menschen in anderen Teilen der Welt eigentlich antun. Und viele BürgerInnen haben tatsächlich noch nicht über die Dinge nachgedacht, die wir tun könnten, um das Klima zu retten. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Sie in der Politik ein ganz schönes Dilemma ist. Denn Sie wissen ja, dass das eigentlich, was Deutschland gerade tut, nicht unbedingt gerecht ist. Sie wissen, dass die meisten Menschen auf der Welt eine stärkere Klimapolitik von Ihnen wünschen würden. Aber vielleicht fürchtet man sich dann eben doch, dass Menschen, gerade die Menschen, die in Deutschland wählen dürfen, es Ihnen übel nehmen würden, wenn sie die Dinge tun, die in ihre Lebens- und Wirtschaftsweise eingreifen. Ja, und in so einer Situation kann ein BürgerInnenrat Ihnen helfen. Der kann wie ein Katalysator sein, der manche Diskurse beschleunigt und andere überhaupt erst mal anstößt. Ganz normale BürgerInnen würden in so einem Klimarat mit der Klimakrise sich auseinandersetzen, und zwar in all ihren Facetten. Die würden Handlungsoptionen verstehen. Sie würden diskutieren, sie würden Folgen abwägen und auch nach sozialverträglichen Lösungen suchen. Und am Ende würden sie Empfehlungen geben. Und auch das sind Empfehlungen, denen Sie später in der Politik anknüpfen können, auf die Sie sich berufen können. Das sind alltagstaugliche Empfehlungen, die auch von der Bevölkerung dann viel leichter akzeptiert werden. Die bekommt das ja auch mit, wenn so ein BürgerInnenrat diskutiert. Und ja, vielleicht schafft es ein Klimarat tatsächlich, eine Politik hervorzurufen, die beides ist, gerecht und akzeptiert. Und damit auch dieses Dilemma vielleicht aufzulösen. Ein BürgerInnenrat würde sicher nicht alle Probleme in der Klimapolitik in Luft auflösen. Nach allem, was Sie bis jetzt aber über BürgerInnenräte hören und lesen durften, dürfte eigentlich klar sein, dass da sehr große Potenziale drin liegen. Ja, der offene Brief weist jetzt auch ganz richtig darauf hin, damit so ein BürgerInnenrat sein Potenzial nicht verschenkt, darf man bei der Planung keine Fehler machen. Das bedeutet, wir bitten Sie, fangen Sie schon jetzt an, sich Gedanken darüber zu machen, wie ein Bürgerrat zum Klima aussehen könnte und welche Kriterien er erfüllen muss. Nutzen Sie diese Chance, planen Sie einen Prozess für unsere Zukunft und planen Sie ihn gut. Dass Sie diesen Brief heute entgegennehmen, das ist ein wichtiger Schritt für uns alle und wir wünschen Ihnen für uns alle viel Erfolg beim Beraten über dieses Thema. Sehr gut, ganz herzlichen Dank, Bruno von Fridays for Future. Ich gucke auf die Zeit. Wir haben jetzt gerade 14 Uhr, genau 14 Uhr. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir machen an dieser Stelle weiter mit der Überreichung bis auf den Briefs an Frau Kotting-Uhl. Wir hatten noch eine Fragerunde für Journalistinnen und Journalisten geplant, aber ich würde diesen Punkt jetzt gerade erst mal überspringen, um zu sehen, dass wir die Überreichung machen und dann vielleicht auf die Fragerunde später zurückkommen. Und würde damit jetzt gerne überreichen an Heiko Erhard im Paul-Löber-Haus in Berlin. Ja, hallo. Muss leider gehen. Tschüss. Ich darf neben mir begrüßen die Frau Kotting-Uhl. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Übergabe. Da haben wir jetzt, ja, doch zwei, drei Monate lang Kampagne gemacht, mit vielen Menschen telefoniert, Mailings gemacht, viele Gespräche geführt, viel Aufklärung über das Thema Bürgerrat und natürlich auch über das Thema Klima und Umwelt. Und was jetzt rausgekommen ist, ist eine beachtliche Liste, die uns selbst überrascht hat, wo kleine und große Organisationen draufstehen. Sie sehen, das ist, es schreckt sich über insgesamt 15 Seiten, dreispaltig, sind über 170 Unterzeichner. Und da sind jetzt solche drunter, wie die Klima-Allianz mit all ihren Mitgliedern, Fridays for Future, Parents for Future. Der Deutsche Naturschutzring mit dem BUND, mit NABU und seinen ganzen Mitgliedern. Klima Neustadt Berlin, wir sind ja hier in Berlin. Die GLS, verschiedene Stiftungen, German Zero, Project Together, der Jugendrat der Generationen Stiftung und so weiter und so fort. Es sieht ganz schön bunt aus. Und das möchte ich Ihnen jetzt zu treuen Händen übergeben. Ich glaube, Sie halten hier gerade was sehr Wichtiges in der Hand. Etwas, das, ich habe es in der Eingangsrede schon kurz erwähnt, dass das Miteinander zwischen Politikern und Bürgern doch sehr nachhaltig und sehr positiv gestalten kann und verändern kann. Ja, und damit würde ich an Sie gerne das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Erhard. Vielen Dank alle, die gesprochen haben und sich hier beteiligt haben. Verstehen Sie mich gut genug mit der Maske? Wir können Sie gut hören. Gut, das ist wunderbar. Ja, das ist doch besser, Sie mir aufzulassen, weil wir ja doch ein bisschen dicht zusammenstehen. Ja, das ist wirklich großartig, was Sie hier zusammengetragen haben, diese ganzen Organisationen. Ich werde das natürlich in einem ersten Schritt an meine Mitglieder im Umweltausschuss verteilen und werde es dann aber auch der Regierung zukommen lassen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Mir ist als Vorsitzende des Umweltausschusses das Klima, ja, das vorrangige Thema. Das ist das Thema, das uns jede Sitzungswoche in einer oder der anderen Form beschäftigt. Das auf ganz viele, ach, diese Masken gehen vom Waschen ein. Das ist ein bisschen kurz geworden. Das eigentlich auf alle Umweltthemen Einfluss nimmt. Und je mehr es sich manifestiert als Problem und tatsächlich Veränderungen bewirkt, merken wir ja heute schon in der Landwirtschaft, im Wasserhaushalt, ja, in sehr vielen Bereichen. Also es wird auf alles Einfluss nehmen, auf die gesamte Politik, auf die Innenpolitik, wenn die Flüchtlingsströme tatsächlich sich vermehren aufgrund von austrocknenden oder überschwemmten Gebieten, in denen Nahrungsmittel nicht mehr anzubauen sind oder in denen überhaupt nicht mehr zu leben ist. Also wir steuern auf eine Zeit zu, wenn wir nicht wirklich rasant umkehren mit politischen Maßnahmen, die man sich in ihrer Dramatik, glaube ich, heute gar nicht vorstellen möchte und vielleicht auch gar nicht kann. Manchmal denke ich, vielleicht ist es auch gut, dass wir es uns in dem, was es tatsächlich bedeuten wird, nicht ausmalen können, weil man dann den Mut verliert. Und ich glaube, die nachfolgende Generation oder die nächste, die es schon massiver treffen wird, der wird dieses Problem leider mehr oder weniger unerledigt vor die Füße werfen. Die braucht ungeheuer viel Mut und auch Zutrauen, das zu bewältigen. Und deshalb ist es vielleicht manchmal gut, dass wir die Dimension nicht so ganz erfassen. Ich bin Ihnen dankbar für dieses Konvolut, Konvolut auch an unterzeichneten Organisationen, weil Politik hier leider ein bisschen so gestrickt ist, dass sie oft Angst hat, ihren Bürgerinnen, ihren Gesellschaften, ihrer Wirtschaft zu viel zuzumuten. Und aus dieser Angst heraus Maßnahmen unter dem betreibt, die eigentlich notwendig werden. Das sehen wir am CO2-Preis, das sehen wir ganz exemplarisch an der Verkehrspolitik, an der Landwirtschaftspolitik, eigentlich in allen Bereichen, die irgendwie mit Umwelt zu tun haben und mit CO2-Ausstoß zu tun haben, sehen wir, dass es bei weitem nicht ausreicht, was getan wird. Und eine Übergabe, die so viele Organisationen unterschrieben haben, in der so viele Menschen dranhängen, teilweise wieder ganz viele Verbände, wenn es Dachverbandorganisationen sind, die der Regierung zeigt, schau mal her, deine Gesellschaft ist viel weiter, längst viel weiter und du brauchst keine Angst zu haben, dieser Gesellschaft etwas zuzumuten. Sie bittet um diese Zumutung. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man politisch in dieser großen Frage einigermaßen auf einen Weg kommen kann, der angemessen ist, dass man der Regierung zeigt, die große Mehrheit der Gesellschaft ist für diese Maßnahmen, ist für die Zumutung und deshalb keine Angst davor. Der Bürgerinnenrat, der Klimarat, um den es ja hier geht, den begrüße ich auch sehr. Ich kämpfe selber dafür mit meinen Möglichkeiten, weil wir ja neben dem übergeordneten Problem Klimakrise auch noch viele andere kleinere Probleme haben. Daneben ständige Angriffe auf unser demokratisches System. Und meine persönliche Meinung ist, wenn wir die Demokratie als die Staatsform, die weiterhin geschätzt, verteidigt und im Kern nicht hinterfragt wird, von der großen Mehrheit unserer Bürgerinnen akzeptiert haben wollen, dann müssen wir Demokratie fortentwickeln. Und es ist die Stunde, es ist die Zeit, partizipative Elemente einzubauen. Es geht gar nicht nur darum, dass Regierungen, dass Politikerinnen gut Rat brauchen können, sondern es geht auch darum, dass wir Entscheidungsfindungen, Meinungsbildungen auf breitere Schultern, auf mehr Schultern verteilen müssen. Das heißt, das gemeinsame Entwickeln von Maßnahmen, das gemeinsame Feststellen einer Situation, die Handeln erfordert, ist, glaube ich, auch um die Demokratie zu bewahren, notwendiger denn je. Und deshalb in zweierlei Hinsicht die Dimension des Problems, Klima, Krise und das Instrument Bürgerinnenrat, Klimarat. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für diese warmen und weisen Worte, die Sie da gesprochen haben. Das ist, wenn ich das Mikrofon mitnehme, das ist irgendwo auch ein Handschlag der Bürgerrichtung Politik, den wir hier haben. Und ich glaube, es ist eine ganz tolle Voraussetzung, da wirklich was draus zu machen und dieses Thema mal richtig ernsthaft und konsequent auch anzugehen. Ja, ich sage vielen Dank und würde damit wieder zurück an die Regie geben. Schöne Grüße hier aus dem Paul-Löbe-Haus. Grüße aus Berlin. Vielen herzlichen Dank und viele Grüße zurück nach Berlin ins Paul-Löbe-Haus. Ich würde vorschlagen, wir haben noch etwa 20 Minuten und würde jetzt einfach zusehen, dass wir auf unserem Programm weiterkommen. Wir haben jetzt noch ausstehen drei Beiträge von Abgeordneten. Ich würde hier einfach alphabetisch vorgehen und das würde bedeuten, dass wir zuerst Frau Badum hören würden, dann Herrn Köhler und dann Herrn Lenkert, wenn ich das richtig sehe. Genau, und dann können wir am Ende hoffentlich noch ein bisschen Fragen beantworten und diskutieren. Damit würde ich jetzt erst mal übergeben an Lisa Badum. Ja, vielen Dank Philipp Verport und natürlich die ganze Community der Klimamitbestimmung. Sehr, sehr tolle Initiative. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Lisa Badum. Ich bin klimapolitische Sprecherin in der Grünen-Fraktion. Und ganz kurz, jetzt haben wir leider den Gong, aber macht nichts, sammlige Abstimmung. Ganz kurz, wo ich herkomme, Bürger, Mitbestimmung und Partizipation. Meine Berichterstattung für alle Abgeordneten. Die Wahlen zu Top 7 und 8 werden in Kürze geschlossen. So, ich konnte jetzt, ich habe in der namentlichen Abstimmung schon teilgenommen, musste jetzt kurz überlegen. Genau, ich in meiner Tätigkeit, bevor ich im Bundestag war, war ich mit einem grünen Energieversorger und habe fünf Jahre zu diesem Thema Bürgerakzeptanz, Bürgerbeteiligung bei erneuerbaren Energienprojekten gearbeitet, unter anderem Windenergie. Es war sehr spannend, seit ich im Bundestag kam. Klar, Kontakt mit der Klimabewegung, das bietet sich an, wenn es um die Klimakrise und Klimagerechtigkeit geht. Und habe da alle Schattierungen und Gruppen kennengelernt, von, die auch heute alle dabei sind, Extinction Rebellion, Price for Future, Ende Gelände und viele, viele mehr, die ich ja gar nicht alle aufzeigen kann. Und ich glaube, dieser Kommunikationskanal, dieses Gemeinsame, das zeigt sich auch gerade in schwierigen Situationen. Zum Beispiel der Daniel Rüderwald ist für uns Grüne gerade eine schwierige Situation und ich versuche gerade jetzt mit der Klimabewegung in Kontakt zu bleiben, weil das ist es letztendlich, wir haben alle ein ähnliches Ziel. Da spreche ich jetzt auch für 99 Prozent meiner Kolleginnen und Kollegen im Umweltausschuss außer einer Fraktion, die nicht demokratisch ist. Wir haben dieses gemeinsame Ziel von Klima- und Umweltschutz und müssen da zusammenarbeiten. Warum ist mir der Bürgerinrat wichtig? Nur zwei Aspekte. Ich habe das jetzt auch in unseren Entschließungsantrag zum Klimaschutzgesetz reingeschrieben. Ich glaube, eines der ersten offiziellen Dokumente im Bundestag, wo der Bürgerinrat auftaucht. Jetzt mit dem Brief ist natürlich ein Riesenaufschlag, wo diese Wegstrecke hoffentlich dann auch zum guten Ende kommt. Zwei Punkte finde ich super wichtig. Erstens, wir haben Menschen, die sich sehr aktiv an dieser Demokratie beteiligen, die die Ressourcen haben, die Zeit, das Know-how und wissen, wo sie sich einbringen können. Das sind die Menschen, die uns Mail schreiben, anrufen und so weiter. Viele andere sind noch nicht mit einbezogen, erreichen die mit den normalen Mitteln der demokratischen Beteiligung nicht. Aber wir wollen ihre Meinung wissen. Wir haben die zukünftigen Generationen, die jetzt an keinem Tisch sitzen können, aber deren Meinung wir mit einbeziehen müssen, weil es ist deren Freiheit, die wir beschneiden. Eine wichtige Säule, die der Bürgerinrat abbildet. Und zweiter Punkt, letzter Punkt, die Gesellschaft zerfällt in immer mehr kleinere Blasen, auch in der Klimafrage. Und auch hier persönliche Erfahrung aus meinem Wahlkreis. Ich komme aus einer Autoregion und wenn ich auf der einen Seite die Leute habe, die den Ratentscheid unterschrieben haben und auf der anderen Seite den Mitarbeiter am Band, der eine Diesel-Einspritzpumpe herstellt, ist da relativ wenig Überschneidung zwischen den beiden. Und dann haben wir noch ganz, ganz viele, die sich gar nicht dafür interessieren. Für beide Welten nicht, aber für die Mobilität wichtig ist. Und nur eine Frage, diese sozial-ökologische Transformation, wo diese Gruppen, diese Blasen zusammenkommen müssen, sich gleichberechtigt, vorurteilsfrei begegnen können. Da ist der Bürgerinrat das Instrument. Super, danke für die Initiative. Und ich freue mich auch, dass alle Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses unterstützen. Wir diskutieren hart in der Sache. Aber ich glaube, in dem Punkt sind wir uns total einig, dass wir Bürgerinnen und Bürger mehr beteiligen wollen. Großartig, klasse. Ganz herzlichen Dank an Frau Badum. Ich würde direkt weitermachen mit Herrn Köhler von der FDP. Herr Köhler, sind Sie da? Ja, herzlichen Dank. Ja, wir hören Sie. Perfekt, ja. Ja, herzlichen Dank. Und auch für die vielen Vorreden und den sehr guten Film, diesen sehr guten, sehr guten Erklärungen. Ich bin selber, ich habe Philosophie studiert und bin ein großer Fan, der hat mit meiner Doktorarbeit über demokratische Beteiligungsprozesse die kommende Generationen geschrieben. Und ich bin ein großer Fan von auch dieser Habermaschen Idee von deliberativen Diskursen. Zu sagen, okay, wir haben einen herrschenfreien Diskurs, in dem wir wirklich mal alle mitnehmen. Und wirklich auch möglichst voraussetzungsfrei, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich habe zumindest in Ihrem offenen Brief ja auch schon nochmal gesehen, auch dass Sie den Konsultationsprozess angesprochen haben. Und das finde ich gut. Das finde ich richtig. Ich glaube tatsächlich, dass es an vielen Stellen eine möglichst breite Diskussion, auch in der Bevölkerung, auch über Maßnahmen, auch darüber, was das eigentlich alles bedeutet, was wir hier machen, bedarf. Finde ich absolut richtig. Ich finde auch einen Konsultationsprozess, der vorher sozusagen auch nochmal die Diskussionsgrundlagen darlegt. Ich glaube, dass das ein ganz zentraler Begriff war. Da war ein Punkt, wo ich jetzt gedacht habe, also Sie meinen wahrscheinlich mit Zivilgesellschaft alle Stakeholderinnen und Stakeholder, die da eingebunden werden. Also nicht nur quasi nur Verbände und Vereine, sondern wirklich sozusagen am Anfang an. Das finde ich sehr gut. Aber ich will auch, und da muss ich, also ich finde es unehrlich von der Politik, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, alles super, alles toll, total klasse, machen Sie weiter so. Und dann am Ende gibt es den Bürgerrat und am Ende kommt da nichts mehr raus. Ich glaube, worüber wir uns unterhalten werden müssen. Und das finde ich den spannenden, spannenden Debattenteil, wo wir gerne auch nochmal im Nachgang diskutieren können, ist die Frage, die Sie, ich glaube, unter Punkt 1 im offenen Brief haben, ist die Frage, welche Auswirkungen hat der Bürgerrat? Weil das wird die große Frage sein. Ich bin ein extrem großer Fan der repräsentativen Demokratie. Und ich glaube, dass die funktioniert und ich glaube, dass sie auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass sie auch im Punkt Klimawandel gut funktionieren kann und auch weiterhin gut funktionieren muss. Ich glaube auch nicht übrigens, dass Politikerinnen oder Politiker Angst vor Diskussionen haben. Ich bin auf genügend Podien und auch mit genügend Vertreterinnen und Vertretern von Leuten, die überhaupt nicht die gleiche Meinung haben, wie ich in Diskussion. Und das müssen wir führen. Und das sollte auch niemand Angst vorhaben, hat auch, glaube ich, kaum jemand. Aber die Frage ist, wie wir die Demokratie ergänzen. Weil immer dann, wenn wir die Demokratie anfassen, wenn wir sozusagen an die Institutionen gehen, die wir haben, wenn wir darüber diskutieren, dann muss man sehr, sehr genau aufpassen, was man tut. Ich glaube, der Debattenpunkt ist noch nicht zu Ende geführt. Ansonsten bin ich aber auch ein großer Fan davon, die liberative Demokratieprozesse auszuführen. Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Köhler. Und ich würde dann noch zuletzt das Wort übergeben an Herrn Lenkert von der Linken. Herr Lenkert, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Danke für die Vorstellung. Ja, für die Linke ist direkte Demokratie ein Kernanliegen. Und ein Beispiel bin ich selbst. Ich war Maschinenbauer in der feinmechanisch-optischen Industrie und bin im Bundestag, weil ich ein Volksbegehren für mehr Kindergartenplätze und eine bessere Personalausstattung in Kindergärten gestartet habe und auch gewonnen habe im Übrigen im Freistaat Thüringen damals. Gewonnen heißt, das Gesetz wurde zu 90 Prozent umgesetzt. Und Bürgerinnenbeiräte kenne ich übrigens auch schon lange vor ihrem Brief. Wir hatten in Jena ein Bauprojekt, das eine Katastrophe war. Per Volksentscheid wurde es abgewählt. Daraufhin war die Stadtverwaltung und die Parteien der Meinung, damit ist das Bauprojekt komplett tot. Und dann hat man einen Workshop gemacht und im Prinzip Bürgerinnen und Bürger eingeladen, genau nach dem Prinzip des Bürgerinnenrates. Aus allen Wohngebieten und Schichten in Jena wurden Personen, Menschen angeschrieben. Etwa 60 haben sich bereit erklärt mitzumachen und haben dann das Projekt neu gestaltet. Es kommt jetzt. Erfolgreich mit einer Zustimmung in der Stadt, die wir sonst nie erreicht hätten. Also insofern, weil Menschen sich dann plötzlich mit dem Thema befassen, weil sie nie befassen wollten oder nie den Mut hatten, sich damit zu befassen. Ich glaube, befassen mussten. Persönlich überzeugen, jetzt bin ich ausgewählt, jetzt mache ich mit. Hat das Projekt eine ganz andere Dynamik bekommen? Es wurden Fragen gestellt, die vorher nicht beantwortet wurden, weil die Fragen nicht gestellt wurden. Die wurden beantwortet. Und vor allen Dingen, es wurde auch verstanden, warum manche Entscheidungen so fallen, wie sie auf den ersten Anblick sinnlos sind, scheinen, aber eben doch Gründe haben. Es ist ein gutes Instrument. Ich hoffe, dass wir dieses Instrument ergänzend, nicht um die Sorgen auch von Lukas Köhler ein bisschen ausräumen, ergänzend zur parlamentarischen Demokratie machen, weil am Ende gibt es ja noch ein was. Am Ende muss jemand Verantwortung übernehmen und entscheiden. Und diese Verantwortung kann man per Volksentscheid machen oder man überlässt sie den Abgeordneten, die dann in Verantwortung sind. Und genau, aber die Vorbereitung dahin, das ist genau der Weg des Bürgerinnenrats. Und vor allen Dingen, ich wünsche mir, dass in diesem Bürgerinnenbeirat dann auch Leute sind, die heute der Meinung sind, es gibt keinen Klimawandel, damit sie eben nicht einfach wegklicken, wenn solche Artikel kommen, sondern direkt darauf gestoßen werden, auf die Beispiele es erleben können. Und damit sie dann eben merken, dass der Klimawandel auch sie betrifft. Und ich wünsche mir aber auch, dass man eben auch das Problem erkennt in einigen Umweltbewegungen, dass es eben schwierig ist, wenn man in einem Ort wohnt mit 60 Leuten, wo einmal die Woche ein Bus fährt, ein Behördenbus und ansonsten kein ÖPNV ist, dass man den PKW noch braucht. Und dieses Verständnis kann in Bürgerinnenreden deutlich besser geweckt werden, auch in Klimafragen. Und dass man eben dann gemeinsam Lösungen entwickelt für die Menschen vor Ort und für einen Verkehr, der eine Verkehrswende hat. Und da denke ich mal, ist eine große Chance. Vielen Dank für die Initiative. Unsere Unterstützung haben Sie und meine als umweltpolitischen Sprecher der Linksfraktion sowieso. Alles Gute und viel Erfolg. Und wir machen auf jeden Fall mit. Natürlich begleiten. Vielleicht habe ich ja das Glück und werde angeschrieben. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Lenkert, für Ihren Beitrag. Ich bin begeistert. Wir haben 18 nach. Wir sind relativ zügig mit dem wesentlichen Programm durchgekommen. Ich würde jetzt gerne Fragen zu lassen, insbesondere von Presse, Vertreterinnen und Vertretern. Ich habe in der Liste der Teilnehmenden gesehen, dass wir ein paar dabei haben, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es am einfachsten ist. Entweder Sie stellen einfach Ihre Frage, entstummen sich und stellen Ihre Frage oder Sie melden sich mit der Hand im Video oder mit der Hand in der Funktion, in der Zoom-Funktion. Gibt es Fragen, egal an wen, an die InitiatorInnen oder an die Abgeordneten? Jetzt höre und sehe ich erst mal nichts. Wie gesagt, wir hatten ein paar Pressevertreterinnen und Vertreter hier in der Veranstaltung drin, habe ich gesehen. Die werden jetzt natürlich sehr herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Aber ich würde die Veranstaltung jetzt auch öffnen für andere Kommentare, Fragen und so weiter. Melden Sie sich gerne. Sprechen Sie meinetwegen auch einfach rein, wenn es einfacher ist. Wenn nicht, müssen Sie mir weiter zuhören. Simon Weden, bitteschön. Herr Tach, ich bin auch von der Initiative Klimamitbestimmung jetzt. Ach, der Herr Köhler ist weg. Schade, merke ich gerade. Aber vielleicht die anderen Abgeordneten hier. Herr Köhler hat ja gesagt, wenn es darum geht, die politischen Institutionen anzugreifen, dann hält er es für schwierig. Also ihm ist wichtig, dass es wirklich um eine Ergänzung der parlamentarischen Demokratie geht. Jetzt haben Sie unseren Vorschlag gelesen. Wie nehmen die aktuell noch anwesenden Abgeordneten das wahr? Sehen Sie das als Ergänzung der Demokratie oder haben Sie da Vorbehalte, wie wir das aktuell vorgeschlagen haben? Wenn ich darf. Einfach rein, ja. Ja, also ich sehe es als Ergänzung, nicht als Änderung, Gefährdung. Im Übrigen vergessen viele, dass im Grundgesetz steht, die Bevölkerung macht eine Meinungsbildung in Abstimmung und in freien Wahlen. So und in Abstimmung können Volksentscheide sein, Volksbegehren, aber eben auch Meinungsbildung über Bürgerinnenrede. Das ist also komplett mit unserer Verfassung übereinstimmung zu bringen. Und ich betrachte es als eine sinnvolle und vor allen Dingen auch notwendige Ergänzung, weil es ändert ja nichts daran, dass der Bundestag Gesetze beschließen muss. Es ändert nichts daran, dass das Verfassungsgericht überprüft, ob die Gesetze des Bundestages oder die verabschiedeten Gesetze verfassungskonform sind. Das gilt im Übrigen auch für Volksentscheide. Insofern ist es eine gute Ergänzung, vor allen Dingen aber auch eine, die den Bundestag eben auch dazu zwingt, sich mit dem Thema zu befassen und auseinanderzusetzen. Und dann in öffentlicher Debatte zum Beispiel die Entscheidung des Bürgerinnenrates zu diskutieren und zu beschließen. Und eventuell, das ist das Strukture-Gesetz, auch etwas zu verändern, aber dann eben nachvollziehbar für jeden und für jede, warum, weshalb, weswegen. Und dann ist das genau der Weg, den wir eigentlich brauchen, den Diskurs gemeinsam. Manchmal auch konfrontativ, aber anders geht es ja nicht. Die beste Lösung findet man nicht im Zustimmen, sondern im Austauschen der unterschiedlichen Meinungen. Frau Badum, wollen Sie da, Frau Badum, Entschuldigung, wollen Sie da noch was einbringen? Entschuldigung, ich will es nicht, der Namenskontrolle. Tatsächlich selten, aber nein, gar nicht so selten. Aber alles wunderbar gesagt. Vielleicht noch vom Wort her. Der Bürgerinnenrat ist keine Ergänzung zur Demokratie, weil er ist ja Teil der Demokratie, Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie. Super, großartig. Ich wollte ganz kurz dann das Wort nochmal einmal überreichen an Tabea Hosack von der Initiative Klimamitbestimmung jetzt. Tabea, du wolltest noch was anmerken. Ja, ich wollte, wenn jetzt gerade nicht so viele Fragen sind, nochmal kurz die Chance ergreifen. Wir haben ja jetzt gerade einen Teil, quasi einen Brief, einen Brief erfolgreich überreicht. Wir haben aber parallel bei Klimamitbestimmung jetzt noch eine Petition eingereicht. Die aktuell läuft beim Bundestag, beim Petitionsausschuss. Das heißt, auch da die Möglichkeit an alle Anwesenden, uns aktiv zu unterstützen, dass diese Petition erfolgreich ist, um nicht nur den Umweltausschuss am Ende überzeugt zu haben, sondern vielleicht auch noch den ein oder anderen Parlamentarier, der gerade noch ein bisschen am Zweifeln ist. Genau, ich sehe gerade, der Simon hat den Link schon in den Chat gepostet. Da sieht man auch nochmal unser Video, was wir vorhin angeschnitten haben. Das wird nochmal alles ein bisschen mehr erklärt. Und ganz kurz an der Stelle nochmal Werbung in eigener Sache. Ich sehe, der Simon meldet sich nochmal, Simon. Ich sehe, J meldet sich aber auch erstmal, dass ich Ihnen gerne... Dann lassen wir erstmal die Person mit dem Namen J sprechen. J, können Sie oder kannst du dich... Ah, ja. Ach, Herr Streichel. Genau. Entschuldigt bitte, dass ich meinen Namen da nicht eingegeben hatte. Das habe ich versäumt, weil das auf Zoom-Konferenzen ansonsten bei mir automatisch ist. Also, ich bin ja hier in einer Art Doppelfunktion dabei, einerseits als Journalist und auf der anderen Seite als Buchautor und Mitglied des Deutschen Pen-Zentrums, als Einzelunterzeichner, mache derweil ziemlich Werbung unter meinen Kollegen für diese Initiative. Meine Frage an euch wäre, und auch an die Abgeordneten, wie geht denn jetzt der parlamentarische Weg, dass dieser Klimarat realisiert wird und in die Gänge kommt? Und wie schätzt ihr die Mehrheiten dazu ein? Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal noch an Herrn Streich für die Anwesenheit und auch fürs Unterzeichnen. Total super, dass Sie hier sein können. Ich würde die Frage dann weitergeben an die zwei Abgeordneten, die noch im Telefonat sind, Herrn Lenkert und Frau Badum. Machen wir es doch wie eben. Herr Lenkert zuerst, bitteschön. Ja, also das Erste ist, ich hoffe, dass die 50.000 Unterschriften geschafft werden online in der Frist, weil dann ist eine öffentliche Anhörung im Bundestag unumgänglich. Und dass wir dann im Bundestag aufgrund der Anhörung eine Empfehlung des Petitionsausschusses erhalten, den Bürgerinnenrat zu installieren. Parallel dazu, und das hoffe ich, dass wir das gemeinsam hinkriegen, könnten Fraktionen einen gemeinsamen Antrag einbringen zum Bürgerinnenrat. Wie die Mehrheitsverhältnisse sind, das ist dann, wenn es konkret wird, immer schwieriger. Erstens kostet es Geld. Zweitens ist es doch ein Stückchen zusätzliche Arbeit und natürlich auch die Angst, Einfluss zu verlieren. Das heißt, also bei einer Fraktion bin ich mir sicher, sie stimmt hundertprozentig dagegen. Das ist halt so, aber gut, damit lebt man, wie sich die anderen, also bei den Grünen, bei uns bin ich mir relativ sicher und auch bei der FDP, dass die da mitmachen, wenn man das entsprechend hinkriegt. Ob es die Regierungskoalition macht, da müsste ich in meine Glaskugel gucken und die ist gerade nicht da. Klasse, Frau Badung. Die Regierungskoalition, die heute in der Sitzung war, hat sich ja positiv geäußert. Von daher, es gibt uns ja zumindest Hoffnung, Ralf. Und ich, tatsächlich, so ein überfraktioneller Antrag wäre das Beste. Und wir müssen natürlich die Regierung, Opposition, Dichotomie aufbrechen, um da auch eine Mehrheit hinzukriegen. Von mir aus kann auch die Regierung da vorne draufstehen. Bin ich jetzt nicht eitel oder so. Und wir reihen uns dahinter ein. Und Mehrheit und dann verabschiedet. Das wäre unsere Vision. Ja, das wäre der Weg. Und bei dem Antrag kann ich schon mal sagen, wir würden dann nicht draufstehen, schon mal zum Verständnis, weil wenn wir draufstehen, geht die CDU nicht drauf. Und dann wäre es natürlich günstig, wenn wir nicht drauf sind. Hauptsache der Antrag kommt, dann machen wir trotzdem mit. Vielleicht wird das auch mal aufgebrochen. In diesem Zusammenhang. Das wäre höchste Zeit. Klasse. Herr Streich, beantwortet das Ihre Frage? Ja, danke. Super. Dann würde ich, ich sehe, Simon, meldet sich nochmal. Simon, bitte. Und wir müssen, glaube ich, auch so langsam jetzt zum Ende kommen. Ja, also wunderbar. Alle angewesenden Abgeordneten feiern das super. Das hat mich sehr gefreut auf ganz unterschiedliche persönliche Geschichte. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall bei Ihnen an der richtigen Adresse. Uns geht es darum, dass es ein möglichst großes politisches Mandat gibt. Mit wem sollten wir Ihrer Meinung nach als nächstes sprechen? Und ich finde es klasse, dass Sie sofort mit Vorschlägen kommen, wie Sie weitermachen können. Aber was brauchen Sie jetzt von uns, damit wir da wirklich in den nächsten Wochen und Monaten vorankommen? Oder was geben Sie uns für den Tipp, was sollten wir als nächste Aktion im Netzwerk machen? Wir haben jetzt den offenen Brief gemacht. Wir wollen weitermachen. Dann würde ich vielleicht diesmal zuerst Frau Badum bitten und danach Herrn Lenkert. Ich würde jetzt zuerst Herrn Lenkert geben, weil ich muss so nachdenken. Okay. Ja, also der beste Weg ist die Tour über die Abgeordneten und zwar über die Wahlkreisabgeordneten. Das heißt, machen Sie Termine per Telefon beziehungsweise per Zoom, wenn es wieder geht, persönlich in den Wahlkreisbüros vor Ort der Bundestagsabgeordneten. Jeder Abgeordnete, ob direkt gewählt oder nicht, hat in seiner Heimat ein Wahlkreisbüro, das er bedient und dort einen Termin machen, darauf ansprechen, das persönliche Gespräch suchen, dass man es als Vertreiter streut, deutlich weiter, dass die Anbindung da ist und vor allen Dingen, dass auch ein gewisser Druck da ist, sich damit zu befassen. Das andere hat der Umweltausschuss ja schon bekommen, da sind alle Fraktionen informiert und wenn man natürlich diese Briefe dann nochmal in Kopie mit einer Information an die Fraktionsvorsitzenden der einzelnen Fraktionen weiterleitet, ist das mit Sicherheit auch hilfreich. Frau Badum, noch irgendwelche Ideen oder Kommentare? Wusstest auch nicht. Nee, also ich würde einfach den Ältestenrat da auf jeden Fall auch mit reinnehmen, also sämtliche Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Bundestags, Herrn Schäuble, die auch nochmal extra anschreiben mit der Info, dass der Umweltausschuss das mit fast allen Fraktionen vertreten angenommen hat. Natürlich wird es auch Frau Codding-Uhl auch noch weitertragen, Institutionen, aber viel hilft viel und ein großes Thema ist die Öffentlichkeitswirkung. Wir haben es gerade alle schwer mit Klima- und Umweltthemen, glaube ich, weil das Einzige, was gespiegelt wird, ist ja die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Alles okay, auch aus guten Gründen. Wir sind in einer Pandemie, aber da vielleicht noch gucken, es sind ja auch sowieso Journalistinnen eine Runde dabei, die vielleicht auch Tipps geben können, warum sie jetzt dabei sind und andere vielleicht nicht, das nochmal mehr mit dem aktuellen Corona-Thema zu verknüpfen. Also warum gerade jetzt die gesellschaftlichen Gruppen, habe ich ja gesagt, die sehr getrennt, unterschiedlich, die Blasen unterwegs sind, sehen wir jetzt auch in der Pandemie, dass einige sich immer mehr abkapseln. Also dieses Thema Partnerschaft auf Augenhöhe, vorurteilsfrei diskutieren, ist gerade in Corona-Zeiten unheimlich wichtig. Und deswegen das thematisch zusammenzubringen und zu verknüpfen, um da auch in der Öffentlichkeit noch stärker vorzukommen, ist eminent wichtig, weil alle Abgeordneten sehen auch immer, welche Themen laufen hoch und gehen über die Newsletter und gehen über die Pressespiele. Ich glaube, Herr Lenkert hat sich nochmal gemeldet. Ja, eine ganz kurze Ergänzung noch, der Bundespräsident hatte ja den Bürgerrat nach Leipzig einberufen, für die allgemeine Demokratie-Fragen und dann wäre es doch mal nicht schlecht, ihn anzuschreiben, ob er nicht auch dafür die Schirmherrschaft übernehmen könnte, für einen Bürgerinnenrat für Klimaschutz. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Kommentar. Ja, absolut. Sehr gut. Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, wir haben jetzt halb drei durch und sind damit am Ende dieser Veranstaltung angekommen. Ich würde jetzt zuerst einmal die Aufnahme beenden.